Das runde Gerüst der heiligen Städte bildete ein Geflecht aus gebogenen Ästen. Darüber lagen dicke, weiße Decken, die aussahen wie Federbetten. Zwei kleine Eingänge lagen sich gegenüber. Innen verbarg sich ein großes Loch in der Mitte. Am Rande lag eine dichte Sitzmatte aus Stroh, die einmal im Kreis herumging. Vor der uns zugewandten Öffnung lag der riesige Schädel eines Büffels, zwischen dessen Hörnern eine lange Pfeife ruhte. Wenige Meter entfernt loderte bereits den ganzen Tag ein Feuer. Große Steine lagen darin und fingen langsam an zu glühen. Es herrschte eine eigenartige Spannung. Die Zeremonie begann. François kniete sich vor den Büffelkopf, nahm die Pfeife auf und stopfte sie in Verbindung mit verschiedenen spirituellen Ritualen mit irgendeinem Kraut. Danach legte er sie wieder vorsichtig und exakt zwischen die Hörner. Die Frauen kamen aus dem Haus. In lange Baumwollhemden gehüllt, gingen sie von rechts am Büffelkopf vorbei in die Schwitzhütte. Jetzt wir Männer. Bekleidet mit kurzen Hosen mussten auch wir rechts am toten Bison vorbei. Ihr dürft den Schädel niemals kreuzen. Das bringt Unglück, sagte François. Nun saßen wir mit mehreren indianischen Frauen und Männern im Kreis und verharrten der Dinge, die da kommen würden. François erklärte, dass sobald die Eingänge verschlossen wären und es absolut dunkel sei, niemand außer ihm mehr sprechen dürfe. Wir sollten keine Angst bekommen, denn manchmal gingen geheimnisvolle Dinge vor in dieser Hütte. Visionen und Geister würden uns erscheinen. Eine Person musste während der guten Stunde, die das Ganze dauerte, draußen bleiben. Die helfende Hand. Ein Freund von François. Der brachte zunächst vier glühende Steine, die der Chief in die mittlere Grube legte. Er bestreute sie mit Sweetgrass, einem Gras, das hier überall wuchs. Mit dem entstehenden Qualm musste sich dann jeder beweihräuchern. Eine Paste wurde gereicht, welche man unter die Nase und auf die Brust schmieren sollte. Sie roch wie Hustenmedizin. Dann kamen die restlichen Steine in die Mitte. Wir konnten schnell die von ihnen ausgehende Hitze spüren. Jetzt folgte das Wasser. Ein Trog voll. Dieser wurde von François gesegnet und nun verschloss der Helfer die Eingänge. Dunkelheit herrschte. Totale Dunkelheit. Jetzt werden wir beten, sagte François. Jeder auf die Art, wie er erzogen wurde und wie er es am besten versteht. Ich bitte die Frauen, das erste Gebet anzuführen. Danach singen wir den Eröffnungssong und ich werde zweimal aufgießen. Es folgten Gebete für die Natur, für alle Menschen, für Freunde und Bekannte, denen es schlecht ging, im Grunde für alle Lebewesen auf Erden. François schüttete Wasser auf die Steine. Heißer Dampf schlug uns entgegen. Indianische Gesänge setzten ein und füllten den dunklen Raum völlig aus. Was für eine intensive Erfahrung. Die Hitze, die Dunkelheit, die Gebete und Gesänge. Nach dem ersten Lied musste sich jeder am ganzen Körper abklatschen, um sich so selbst zu segnen und die Geister der alten Vorväter in sich eindringen und heilen zu lassen. Die Eingänge öffneten sich, es wurde hell und man konnte wieder durchatmen. Insgesamt viermal wurde diese reinigende Zeremonie wiederholt. Türen zu, Gebete, Wasserdampf, Medizinlieder, Segnung, Türen auf. Nach der dritten Runde kam jedoch ein besonderes Ritual. Jeder bekam der Reihe nach eine Kelle wassergereicht. Zunächst sollten wir etwas Wasser zurück an die Erde geben, denn aus ihr stammt alles Leben. Dann trank jeder einen Schluck für seine Jugend. Man nahm eine Hand voll und reinigte sich damit das Gesicht. Den Rest gab man schließlich auch noch zur Erde. Als alle damit fertig waren, wurde die Pfeife vom Büffelkopf genommen, geheiligt, entzündet und ebenso rumgereicht. Mit der Pfeife wurde die Erde berührt, viermal gepafft und abermals die Erde berührt. Wer nicht raucht, hält sich die Pfeife einmal an die Stirn, sagte der Häuptling der Cree. In der letzten Schwitzrunde zogen sich ein Indianermann und eine ältere Indianerfrau jeweils eine große Adlerfeder von der Decke und wedelten sich damit heftig zu, während die letzte Flüssigkeit auf den heißen Steinen verdampfte. Im Nachhinein erfuhr ich, dass dadurch mehr Hitze entsteht, wodurch die Geister wiederum besser in den Körper eindringen und Heilung bringen können. Zum Schluss mussten wir alle eine volle Runde in der Sweat Lodge gehen und dann wieder genauso am Büffelkopf vorbei wie zu Beginn. Diesmal jedoch zuerst die Männer, dann die Frauen. Sichtlich benommen und beeindruckt standen wir sprachlos umher und dachten über das gerade Erlebte nach. Paul meinte plötzlich, er hätte eine Vision gehabt, verschiedene Tiere und die Vorväter gesehen. Dies konnte ich als durch und durch rational denkender Mensch nicht von mir behaupten, aber das brauchte ich auch nicht. Die Philosophie lautete ja schließlich, jeder soll das Beste für sich aus der Zeremonie ziehen. Da kann man mal sehen, wie weltoffen die Religion dieses Naturvolkes ist. Und wer weiß, vielleicht hatte Paul ja auch nur ein bisschen zu kräftig an der Pfeife gezogen. Den Höhepunkt des feierlichen Abends bildete dann schließlich ein großes Festessen im Haus. Nun wussten wir auch, was die Frauen so lange zu tun hatten. Karibufleisch, getrockneter Fisch, Früchte, Benockbrot, Salate und vieles mehr standen auf dem Tisch. Was sollten wir noch dazu sagen? Nichts. Einfach wirken lassen. Doch auch beim Essen war alles streng geregelt. Zuerst nehmen sich die Männer, danach die Frauen. Jeder darf nur so viel auf den Teller packen, wie er schafft. Ihr könnt so oft gehen, wie ihr wollt, aber müsst immer alles aufessen. Es darf nichts auf dem Teller liegen bleiben, wurden wir ermahnt. Mit der nötigen Zurückhaltung machten wir uns über das Buffet her. François verabschiedete sich frühzeitig von uns und wünschte eine gute Nacht. Eine Geschichte gab er uns noch mit auf den Weg. Vor Jahren traf ich ein Pärchen aus der Schweiz. Die beiden waren auf Weltreise. Sie erforschten die verschiedenen Religionen auf Erden und wollten an allen möglichen Zeremonien teilnehmen, um herauszufinden, welche die tiefgreifendste und eindrucksvollste sei. Schließlich landeten sie auch bei mir in meiner Schwitzhütte. Nachdem sie erlebt hatten, was ihr heute erlebt habt, verabschiedeten sie sich und meinten, sie könnten jetzt nach Hause fahren.